Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischCopTV. Hier ist euer FischCop und wir spielen weiter Titanfall. Und es könnte auch heißen, let's fail mit FischCop, denn ich bin nicht so gut in diesem Spiel. Obwohl in den letzten Folgen war ich manchmal Erster auf der Liste. Sorgungsschiffe, bereit für den letzten Sprung in 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja, ihr merkt schon, wir spielen Kampagne. Wenn man das so nennen möchte in diesem Spiel. Der Turm hier war 20 Jahre außer Betrieb. Bist du wirklich sicher? In der Basis auf Dimitar gibt es diese Türme noch. Wir müssen sie irgendwie abschalten. Minuten, Parkpoint sicher, damit Fisch den Turm analysieren kann. Los jetzt! Alter, will ich das hier so sehen, ne? Was ist denn das hier mit den ganzen Aliens und so? Ist das krass. Und ich habe mir gerade überlegt, wie geil wäre das gewesen, wenn sie es so gemacht hätten. Das ist einfach mal zwei verschiedene, äh, 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 gibt es ja auch. Äh, zwei verschiedene, na, zwei, zwei verschiedene Gruppierungen gibt. Einmal die Miliz und einmal die IMC. Und wenn sie das so gemacht hätten, dass die Gegner halt Aliens wären. Und dann die kleinen, äh, Lauf-Aliens sich in große Aliens verwandeln. Wie geil wäre das denn gewesen, Alter? Da hat sich natürlich immer wieder keiner darüber Gedanken gemacht. Das wäre aber auch eine richtig gute Sache gewesen. Und ich glaube, das hätte ich auch viel lieber gespielt. Und dann hätten die Aliens auch andere, äh, Fähigkeiten und so. Das wäre richtig krass gewesen. Das wäre so krass gewesen, Alter. So, aber jetzt lasst uns mal konzentrieren hier. Wir haben gleich B eingenommen, denke ich mal. Wir sind ziemlich viele. Warum? Weiß ich auch nicht. Und wo sind euch die Gegner? So, bravo haben wir. Und... Oh, das war auch schon wieder nur so ein scheiß... Scheiß-KI-Soldat. Das macht mich total kirre immer, ne? Und denkst du immer, oh, ich muss jetzt ganz viel, äh, ganz, ganz, mich ganz schön konzentrieren, um die zu töten. Und dann stimmt das gar nicht. Weil du einfach nur mal ganz kurz draufhalten musst. Du musst quasi nur mal in die Richtung gucken, dann fallen die schon um. Es hilft, wenn man nicht so gut riecht. Guck mal dir. Da, da. Er macht einen auf Action, Johnson. Aber kann eigentlich nichts. So, wir holen A. Wir holen A. Soll ich mal eine Franate werfen? Mach ich mal auf. Oh, nein! Die Franate hat mich getötet. Aufgrund einer Ablenkungsmanövers-Geschichte. Mit Salat. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Aber neue Map, das ist nicht gut. Die kenne ich noch nicht. Ich weiß gerade nicht, welche Burn-Cards ich mitgenommen habe. Aber das ist erstmal, das soll erstmal egal sein. Wir gehen jetzt mal hier C holen. Schon mal unsichtbar machen. Uh. Wo muss ich lang? Die hätten das mal ruhig ausschildern können hier. Jetzt war ich völlig umsonst unsichtbar. Oh. Nachladen, nachladen. Warum denn? Oh, bist du kaputt? Das tut mir leid. Oh, hier ist noch einer kaputt. Das tut mir leid. Können wir schon wieder unsichtbar werden? Jo. Ich hol hier ganz alleine C, Leute. Das sollte euch peinlich sein. Das sollte euch sehr, sehr peinlich sein. Oh. Oh. Okay, wir haben es geholt. Sehr gut. Sollen wir es jetzt mal hier verteidigen? Alter! War da unsichtbar war. Was haben wir jetzt hier mitgebracht? Spinnensinn. Wenn feindliche Spieler in der Nähe sind, ertönt ein Warnsignal. Das will ich mal ausprobieren. Das klingt ja geil. Das klingt ja geil. Okay, scheiße. Es kommt gleich, es kommt gleich mein Titan. Ich will aber natürlich auch nicht gerne meine Warnsignalkarte ausprobieren. Ausgiebig. Ich bin drin. Lade jetzt im Betriebsverlauf und mach eine Systemanalyse. Ja, mach mal eine Systemanalyse. Das ist eine ganz gute Idee. Ey. Sag mal, steht, Digga. Habe ich die gerade mit der Granate geholt? Okay, und sag mal, wo war denn das Warnsignal eben? Oh, wir holen Arsch und der... Was wir hier für Lone Ranger Kämpfer Typ sind. Dass wir hier alleine die ganzen Punkte holen. Das ist doch richtig geil. Und Alpha geholt. So, jetzt halten wir Alpha noch eine Weile. Die Kinder da draußen spielen noch ein bisschen mit ihren Titanen. Und wir halten einfach diesen Punkt hier. Das ist einfach... Way to win. Wir haben jetzt gerade zwei Punkte auch. Das ist gut. Ja. Hallo. Aber es kommt keiner her. Es kommt einfach keiner her, weil sie draußen spielen gegangen sind. Hihi. Und Titans, komm mir nun mal nicht rein, ne? Die Türsteher vor der Tür und der sagt immer... Ey, du! Du bist auch ein Titan. Nein, stimmt gar nicht. Ich sehe nur so... Ja, ja, ja. Komm, du kommst hier nicht rein. Vielleicht will ich die Schuhe ausziehen. Was bist du denn für ein Vogel? Schuhe ausziehen. Meinst du, wegen deiner Schuhe kommst du hier nicht rein, oder was? Guck dich mal an. So, irgendwie... Irgendwie traut sich hier keiner, ne? Hallo. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Ah, komm. Yes. Geholt. Erfolgreich gehalten, sozusagen. Nein. Sehr gut, Leute. Punkt stehen ist, glaube ich, nicht so schlau, halt, ne? Wie ihr euch schon denken könnt. Oh, da kommt einer, glaube ich. Kann das sein? Lass uns mal hier runtergehen. Franate werfen. Unser Team hat Hartford Charlie bestätigt. Ah? Wo sollen die denn alle? Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Ist mir doch egal. Wir haben A und C, Alter. Kein Titan ist fertig. Ah? Sollen wir mal einen Titan holen? Einfach nur, damit er rumsteht. Ich löse noch einen Impuls aus. Tchuuu. Nein. Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich hätte die da draußen, da draußen sein lassen sollen. Und jetzt ist es nämlich Kacke, Arsch, hier. Hä? Ist das nicht ein Böser? Na egal. Titan Assists, sehr gut. Wobei wir die eine Rakete drauf geballert haben. So, was ist mit Bravo? Sollen wir mal Bravo holen? Lass uns erst mal hier. Ach shit, ich habe nicht den richtigen Titan ausgewählt, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt der MG-Titan. Wie weit ist der denn weg? Sag mal. Soll ich mir noch ein Taxi holen, bis ich da einsteigen kann, oder was? Die Leute hier manchmal, ne? Okay. Ne, das ist der... Ah, den haben wir noch gar nicht ausprobiert, oder? Diesen Laserbeam-Quatsch. Wie geht denn das? Muss man links gedrückt halten, kann das sein? Wir laufen jetzt mal hierhin, wo die Action ist. Der ist schon kaputt. Schade, leider. Lass mich mal gucken, wo kann ich denn hier mal... Das solltest du abwaschen. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Wir haben Charlie. Wir haben Charlie, sehr gut. Wir haben generell gleich gewonnen, glaube ich. Sie sind unheimlich gut ausgehoben. Aber ich schieße mir nur so einmal, da muss ich es rüberlaufen. Wir haben eine Burn-Karte erhalten dafür, wahrscheinlich die Matsch-Karte. Wo ist denn hier mal... Alter. Was schiehst du denn da? Achso. Ja. Oh, jetzt müssen wir den aufladen. Ich verstehe diese Waffe noch nicht. Ich verstehe diese Waffe noch nicht. Lauf drüber. Zack. Okay, ich bin fast kaputt. Kann das sein? Warum denn? Weil die hier... Ich meine, sie müssten irgendwie einen auf dick machen. Dann kannst du mir doch mal bitte... Ach, raus, 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 raus. So, kommen wir jetzt hier aufs Dach? Yes. Ich komme hier Snipern, ne? Aber wir müssen Punkte holen. Was wollen wir denn mal holen? Ob die Leute in denen... Ja, kaputt, kaputt, kaputt. Ist das auf dem Spektrum? Yes. Und B. Komm, stirb. 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 Du auch. Yes. Eins, zwei. Polizei. Wo können wir hier rein? Hier. Oh, shit. Ist er tot? Ja, aber da war noch sein Kumpel. Scheiße. Warum tötest du mich? Was haben wir noch dabei? Hier, ist eine verstärkte Geschichte. Der ist stärker jetzt. Oh. Okay. Sollen wir ihn wieder zu B? Oder bravo? Wie ist die Profis nennen? Nein, ich zähle mich nicht dazu. Und... Bombe! Geil. Der ist kaputt, sehr gut. Gucken wir mal hier. Können wir das jetzt halten? Achso. Ich muss ja erstmal übernehmen, ne? Da muss ich ziemlich nah dran sein. Kann ich schon wieder unsichtbar werden? Nein, noch nicht. Jetzt. Das dauert so lange, bis ich es kriege. Ich habe Angst. Jetzt wird nicht mehr unsichtbar. Flanate. Yeah. Wow. Oh, shit. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Jetzt haben wir die Burncard verbrannt. Aber deswegen heißt es hier auch Burncard, ne? Komm schon raus, hier. Und C holen. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Ich bin dabei. Ach, nee. Hier, guck mal. Bravo und Alpha werden geholt. Da müssen wir hin. Bravo ist der dran. Oh nein. Die haben es. Schön unsichtbar da hinlaufen. Hier ist ja ein Loch drin. Und... Lauf! Wo sind sie? Sind sie da? Die sind weg, ne? Hahaha. Die Falle, Idioten. Bravo. Beta, wollte ich sagen. Oder Beta. Das ist ein ganz schönes taktisches Spiel diesmal. Bin ich nur so dumm am rumlaufen. Sondern ich hole halt hart hier die Punkte auf. So, jetzt sollten wir uns eigentlich hier verstecken und einfach nur campen. und gucken, dass hier keiner irgendwie Scheiß macht. Ich höre Sachen. Oh, war das ein Mensch? Yes. Alles klar. Haben hier noch Kumpels von dir irgendwie? Wer nicht? Hallo? Hallo? Spiel hier noch jemand mit? Sieg! Zu leicht. Es war zu leicht, Freunde. Zu leicht, zu leicht. So, wo landet das scheiß Schiff? Da hinten. Sollen wir doch mal lieber... Wieso ist denn immer hier die Sicht so kacke? Sollen wir doch mal lieber mit dem Titan hin? Komm, da hin, bitte. Dann nochmal eine Rakete da hin. Die Überbrückung dieser Firma wird heimt. Tchuh! Oh, nein! Na, toll. Oh, guck mal da hinten. Guck mal da hinten, das große Viech. Wie krass ist das denn? Das ist richtig krass. Können wir das auch mal sehen hier irgendwie? Und da! Wow! In einem Land unserer Zeit! Teil 500. Oh, guck mal, mein Titan kämpft noch. Wie geil ist das denn? Gib ihn, Jungs! Nein, nicht sterben! Was hat er da? Guck mal, der schlägt sich vor gut. Oh, nein, der schlägt sich weg. Und wer war der Sieger? Noch keiner. Und mein Titan wurde getötet. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Warum habt ihr das getan? Guck mal! Ich stehe ganz oben. Ich habe zwar nicht ganz so viele Piloten-Kills wie der Typ mit den meisten Piloten-Kills, aber ich bin auf Platz 2, was die Piloten-Kills angeht. Und ansonsten habe ich die meisten Punkte gemacht. Das nenne ich Skill, Freunde. So, ich habe es euch schon erzählt. Ich habe euch schon vorgewarnt. Ja, dass diese Folgen jetzt kürzer werden. Deswegen nicht überrascht sein gleich, wenn sie vorbei ist. Wir haben ein neues Gewehr freigespielt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das stellen wir noch schnell ein. Wir haben ja hier, das ist unser... Der hat eine Shotgun. Okay, ich dachte, wir hätten einen mit... Ich dachte, wir hätten einen mit einer Sniper. Dann lasst uns erst mal hier Primärwaffe und hier dieses Gewehr nehmen. Das möchte ich gerne mal austesten. Das ist wahrscheinlich so eine Art DMR, DRM-Quatsch. Neue Explosionswaffen. Wir haben Rucksackladung. Haften auf jeder Oberfläche und versuchen nach manueller Erzündung bei allen in der Nähe erheblichen Schaden verursachen. Entschuldigung. Probieren wir einfach mal aus. So, und dann haben wir jetzt eigener Pilot 4. Der hat das Gewehr. Titanabwehrwaffe nehmen wir bitte den Sidewinder. Finde ich einfach besser. Handfeuerwaffe ist mir total egal. Nutze ich nie. Parcourskit finde ich auch gut. Dann haben wir Explosionswaffen gerade ausgewählt. Und Rang 1 Lassen wir alles so. Und dann suchen wir noch schnell Burncarts aus. Und dann die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, weil die ist ja Standard. Und Doppelagent von Soldaten, Spectres, Autotitans und Geschütze ignorieren dich. Ich hoffe, warum nicht, ne? Nehmen wir auch noch mit. Achso, jetzt habe ich auch nicht. Altmaterial. So, das nochmal mit. Aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge, Freunde. Und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Bis dann. Das war ja Fischkopf. Bis dann. Und tschüss. Ich habe zwar mal bis dann gesagt.